Was ist die Kompetenzermittlung und Bewertung für alle Personen, die beim Auditieren und bei der Auditprogrammplanung erforderlich sind, ist eine ganz maßgebliche Erfolgsgröße. Man hat lange diskutiert, wie man sicherstellen kann, dass kompetente Auditoren verfügbar sind, denn das Ergebnis, die Wirksamkeit des Audits steht und fällt mit der Kompetenz und dem Handeln der Auditoren vor Ort. Diese Auseinandersetzung damit, was muss ein Auditor können, ist ja nicht neu, das gibt es schon seit vielen Jahren, hat sich ein bisschen geändert über die letzten 15 Jahre. Man ist weggekommen von dem Thema Qualifikation in Richtung zu Kompetenz. Der Unterschied ist, Qualifikation heißt, jemand weiß etwas, hat etwas gelernt, hat ein Training absolviert und Kompetenz bedeutet, er kann es auch umsetzen, er kann es anwenden in der Praxis. Und dann ist die Frage, welche Arten von Kompetenzen sind erforderlich. Das ist sehr umfangreich, es gibt verschiedene Themenfelder, die Auditoren können, müssen. Sie müssen zum Beispiel mit der eigenen Auditmethodik umgehen können, logischerweise. Sie müssen Normkenntnisse haben, sie müssen die Organisation kennen, müssen Branchenkenntnisse besitzen, dann sogenannte disziplinspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das heißt, sie müssen wissen, worum geht es in einem Fachrichtung Qualitäts- und Qualitätsmanagement, wo geht es beim Informationssicherheitsmanagement. Diese einzelnen Umweltmanagement-Disziplinen müssen altbekannt sein. Auch dort braucht man Wissen und Fertigkeiten. Und natürlich auch Bewertungsverfahren und Methoden müssen Auditor können. Und was ganz wichtig ist, er muss sozial adäquat handeln können. Das heißt, die Sozalkompetenz ist ein ganz maßgeblicher Faktor. Ohne den bekomme ich keine Akzeptanz vor Ort. Und alle diese Facetten müssen adressiert sein. Und die Organisation muss sich, wenn sie ein Audit plant oder auch das Auditprogramm aufstellt, überlegen, welche Fähigkeiten brauchen die Menschen, die wir als Auditoren einsetzen. Und muss sich erstellen durch geeignete Verfahren, dass diese Kompetenz auch da ist. Also sowohl die Analyse als auch dann hinter die Umsetzung. Das heißt, sie müssen Bewertungsmethoden festlegen, müssen die Personen, die als Auditoren in Frage kommen, danach bewerten und auswählen und beauftragen. Und natürlich, wenn die Audits durchgeführt worden sind, sinnvollerweise auch eine Bewertung durchführen. Also die Personen, die involviert waren, befragen. War das zielführend gut? Wie war das Auftreten des Auditors, um gegebenenfalls mit entsprechenden Maßnahmen die Kompetenz zu verbessern? Auch hier gilt wieder dieser Plan-Do-Check-Act-Ansatz. Wenn man das alles berücksichtigt, sollten bei Audits auch gute und zielführende Ergebnisse herauskommen.